MÜZİK Untertitelung des ZDF, 2020 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 Faiser, das ist auch ein Problem. Er ist auch ein Problem. Wir wollen nur diese Frage stellen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und auch Faiser. Das ist ein Problem. Dekstora, ist es ein Problem für die Menschen zwischen Faiser und Moderna? Nein. Wir haben uns ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Die Menschen in den Bedenstein stehen. wenn man ein Erfolg hat. Wenn man ein Faiser hat, ... wenn man sich Faiser of Moderna halten, ... wenn man eine Tatunde halten ... bei den beiden auf den anderen ceresten ... Das ist eine weitere Frage ... Wir haben Faiser auch gegett. 5 oder 3-2-3-4? one haben wir in die Technologie ... in der anderen Seite. Die letztendste Frage stellen, die zwei ... Es gibt einen höheren Faktor für alle die Menschen in der Welt. Die Einwanderung von 95 Prozent. Der Unterschied zwischen ihnen gibt es in ein paar Sachen. Erstens, die Pfizer hat einen zweiten Teil nach 21 Jahren. Und bei Moderna, nach 28 Jahren. Pfizer hat 16 Jahre alt, aber Moderna hat 18 Jahre alt. Es gibt nicht nur diese Dinge, es gibt es einfach nur ein FWARF, in der Auslösung der Verlösung. Es gibt auch die Verlösung der Verlösung. Aber es gibt nicht nur diese Dinge. Herr Dr. Siehabe, du hast gesagt, dass du die Nr. 95 vorst, hat sich in der Verlösung der Verlösung gesagt, in der Verlösung der Verlösung, Und es ist auch die Untertitelung. »Baddebt«, wir haben die Menschen in der anderen Seite besucht. Und wir haben sie auch vor, wenn sie die Kinder zu suchen. Aber diesen Menschen wohnen, die sie auch für die Verhütung haben. »Baddebt«. »Baddebt«, wir sind nicht nur die Leute, die sich der L 지�tschäden hat, sondern diese Leute haben die größte Zeit. Und die Menschen haben die größte Zeit, »Baddeblich, ich habe die größte Zeit.« »Fache ich ihre Zeit, nicht mehr. »Baddebacht«, 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 »Baddebacht«. »Baddebante«, aber das ist wirklich ein Problem. Er hat nur die erste. Er hat nur die erste. Nein, nicht mehr als die zweite. Er hat nicht mehr als die zweite. Wir haben noch ein paar Mal gehört. Wir haben noch ein paar Mal gehört. Die 95% gibt es. Es gibt Menschen, sie haben keine Antwort mit ihnen. Sie haben keine Antwort mit ihnen. Von dem, wenn sie sich auf die Vieröse verabschieden können. Es gibt Menschen, die auf die Vieröse verabschieden sind, vor dem Zeitpunkt, vor dem Zeitpunkt, vor dem Zeitpunkt. Oder? Das heißt, wir sprechen uns zuwrote, die sind sie verabschieden, und es gibt die Zahl der Ehrmöse, dass es, dass es, die Verwalt in der Verwalt, die Verwalt, die Verwalt, und es ist auf 90%-mal. Wichtig. Jetzt, über die Erlange, oder die Verwalt, die Verwalt, wirst du mit dem Verwalt, wirst du mit dem Geist, in den Augen der Verwalt, oder in den Augen der Verwalt, wirst du mit dem Verwalt? Nein, wir haben nicht gehört. Wir haben die Erwartungen, die Erwartungen, die Erwartungen, oder die Erwartungen? An. voice. ... ... ... ... ... ... ... die Leukage, die ich was schon bei der Dufung. Und dann kann man auch beim Rechnung der Dufung der Dufung. Beide es in der Dufung, wenn man die Gegrüßt weg von der Dufung, vor allem von der Dufung. Warum ist das nicht so, wie wir es mit den Äqusten erwähnt? Was wir erwähnt? Also, die Dufung ist das seltsam. als ich mit der Dufung, so, wenn wir das Leben in der Derechen haben, Und in der Derechen, in der Derechen kommt, dann wird es in den nächsten Aktionen sehen, die die Abfahrt werden, aber wir sehen uns noch mal. Wir sind in dem Äqusten. Wir sind 60 und nicht auf, Wir sehen uns in den 60er und in der nächsten Mal, in der nächsten Mal, in der nächsten Mal wiederholfen wir uns ein bisschen weiterentwickeln. Und wir sehen uns auch, dass wir die Ämmeräضen haben, wie die Zucker, wie wir vorhin erwähnen, die Ämmeräضen der Rabo. Ich glaube, dass die Fähigkeiten, die die nächsten Mal sind, sind die Einwohnerinnen und die Einwohnerinnen und die Einwohnerinnen und die Einwohnerinnen. Wir sehen uns, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln haben. Wir sehen uns, was wir sagen, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln. Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Es braucht ein Teil des Zuhörer, ein Teil des Zuhörer und ein Teil der Zuhörer. Es gibt eine Zuhörer, die eine Zuhörer für alle Zuhörer. Die Zuhörer ist eine Zuhörer, eine 12-8-Jahre. Sie hat eine Zuhörer für eine 4-Jahre. Ich sage, wie ich sagte, eine Zuhörer von der ersten Zuhörer. Das Zuhörer nicht vieles sind, um die Zuhörer zu kommen. oder eine Art von der Klinik. Ja, wir sagen, wir haben es in diesen Anzeln zu haben, dass es um die Zürcher in der Klinik zu kommen, um es in der Klinik zu kommen, um die Leute zu kommen, und die Leute zu kommen. Aber was ist der Ejeraat der Klinik zu dem Zürcher? Der Zürcher ist, wenn die Zürcher in den Garten, in der Zürcher kommen, die Schleisch in der Klinik zu kommen. Er ist im Vermut, dass er nur 15 Sekunden hat. Denn es ist bekannt, dass er das Virus um 20 Sekunden hat, Es braucht 20 Minuten von der Reise. Ein zweites ist die Änderung der Änderung aus dem Sieg zurückkehren. Das ist dass die Möglichkeit der Verzüge ist, dass er ein Meter und so ein Meter mit dem Zäger und den Zäger wird. Und das ist die Lüfte der Zäger durch den Zäger in der Gruppe durch die Handlung zu verkaufen. Es ist nicht die, dass sich die Zäger durch den Bezug auf den Zäger zu entwickeln. Das ist das Wunsch, aber vielleicht haben wir das Wunschwäld. Aber vielleicht können wir das Wunschwälder werden, während der Reise vor der Reise. Und während der Reise des Wunschwäldern. Ich glaube, dass die Erwartungen in dem Wunschwälder sind. Nein, die Erwartungen nicht von dem Wunschwälder sind. Dr. Kampen, wie sind die Zeugen im Wunschwälder? Und was sind die Ausstattung von dem Wunschwälder? Wunschwälder. Wunschwälder, kachende Wunschwälder. Das ist kein Wunschwälder. Aber die die Gälder, in der Gälder sind nur ein Mann. und wenn er er rauskommt, kann man einen anderen zahre sein. Wir haben nicht mehr dauerung für den Mewahid, denn sie sind 4-sahe. Jau zwei mit seinen Zahre. Er wird er eine andere entreten, ihn kakt, und zum ersten, ihn festzahlen. Der Zahre geht, die zahre. Die Zahre. Die Zahre sind in den Zahre. Die Zeichens stecken, das sind in den Zahre. Die sind in den Zahre. Die sind dieller zahre, Sie sind, die Zahre, die Kouby und die Beers. Das sind die Zahre. Die Zahre sind im 13-8-20-Zahre. Und das sind nur 40-20-20-Bereche. Azt ist die Zahre. Es ist ein Witz, ein Witz, ein Witz, ein Witz, oder ein Witz? oder eine große große oder große große oder eine große große, oder eine große, oder etwas, oder etwas, oder eine große Hilfe. Wir haben keine Mannschaft, aber es gibt eine Schwerpunkte. Der Mann, der sich mit dem Patienten befinden muss, muss er ein PCR-PCR machen. Und er hat sich die Zeit, wenn er der Fall ist, wenn er der Fall ist, er kommt, er kommt, er kommt, um den Menschen zu kommen. Denn wir haben jetzt einen Schwerpunkt. Das ist nicht so, dass er sich im Land zu kommen. Und er kommt, um die Leute zu kommen. Und dann kommt, um die Menschen zu kommen. Das ist der Herr, in der Verkauf hat, wenn man kann, wenn man einen Bekauf von dem Bekauf hat, oder? Oder wenn man die Bekauf hat, wenn man ein Bekauf hat, oder was man ein Bekauf hat? Oder was man eine andere Reaktion hat? Der Bekauf hat nur eine Bekauf hat. Man kann einen Bekauf hat, oder einen Bekauf hat. Er kommt zu dem Bezüglich, dass dieser Bezüge, dass dieser Bezüge nicht erneut und die Verwendung, sondern erneut sich für eine Arbeit unter denen, dass dieser Bezüge ist. Aber wenn man ein Jahr, z.B. war, например, das ist, ist es, dass der Bezüge ist? Wenn der Bezüge ist, dann muss dieser Bezüge nicht gewährleute, die sich für die Verwinde auf dem Bezüge nicht mehr, wenn der Bezüge kommt. Er ist nicht wahr, wenn man mit einem Bezüge nicht über die Bezüge kommt, sondern erneut sich zum Beispiel an der Bezüge. Vielen Dank. Das ist eine Werteilung für alle Menschen, die sich in der Werteilung auf der Werteilung befindet. und im Geheimen und im Geheimen und im Geheimen und wenn wir die in den Wagen des Geheimen und wenn wir mit dem Geheimen nutzen, dann auch das in den Geheimen was wir den Geheimen werden. Der Unterschied ist, dass die Gkl von dem Geheimen ist, wenn man ein Geheimen bürger ist, oder dass man eine große Ruhe ist, wenn man ein Geheimen hat, also gibt es eine große Gerät, der Angelegenheit hat, weil wenn man ein Geheimen ist, und das Virus kann man einen Geheimen haben, wenn man einen Geheimen hat, wenn man ein Geheimen hat. Stichwort Ja, das ist eine große Herausforderung. und von einem anderen Einwohner. Das bedeutet, dass dieser Mannschaft im zweiten Teil ist, der hat einen Zerug und Eier und Echtern. Und auch die Freunde und Zöder. Wenn wir uns ein bisschen mehr verbrechen, wird das ganze Teil der Menschen verbrechen. Wenn wir uns zu einem anderen einwohnern, wird das ganze Teil der anderen einwohnern. wird das ganze Teil der Mischel verbrechen. wird das ganze Teil der Mischel verbrechen verbrechen. wird die Teil der Mischel verbrechen verbrechen. Und die Möglichkeit, die Verbrechen zu verbrechen. Das ist auch auf die Dämpfe. Wir müssen uns nur von der Dereche einwohnern. und wenn wir einfach nur mit den Menschen mit dem Geheimd treiben Naja, Herr Dr. verhebteren, es war im Bezahler. Vielen Dank für den Bezahler. Danke sehr zu dir. gentlemen. Es war der Widersteil, Herr Dr. Herr Dr. Herr Dr. Wir sehen uns, über die digitale Einstafeln von Bezahler, die in den Eier der Chemie in die Einstaffeln sind, bei diesen Einstaffeln schnpp, wie Sie von einem Arbeitsstammten hatten, wie Sie von Herrn Reinhardt aufhalten. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 , . , . . , . , , . , , . , . , , , . , , , . , , . , , . , , . , , , . , , . , , , , , , . , , . , , , , . , , . , , , . , . , , ربما من بعض زملائنا من المدرسين في مثلا التجمعات المبالغ فيها سواء. الاختلاط وعدم وجود مسافة آمنة. عدم وجود مسافة آمنة. العدد يكون أكثر من العدد المسموح به. تناول وجبات الإفطار والغداء سوية. يعني هناك تهاون بسيط من قبل البعض. أنا قاعد أقول لك العدد بسيط جدا ممن تهاون وليس بالأغلبية. نعم. أيضا ما ننسى أن هناك أيضا تقصير خارج المدرسة. ما نتكلم إحنا عن داخل سور المدرسة. خلونا شوي نطلع بره ونروح خارج حدود المدرسة. وهذا جزء من المجتمع. وهذا جزء من المجتمع. ولي الأمر عندما نتتبع سبب الحصول الأبن أو إصابة الأبن أو أي شخص بالفيروس. الأب يكون مثلا في حفل زفاف أو في أقدر الله في عزاء. بدون وجود كمامة. بدون تباعد جسدي. بدون الإجراءات الاحترازية. سلام اليد وتقبيل. ولكأن الدولة تعيش المرحلة الثانية من الجائحة. هذا نوع من أنواع التهاون. هذا نوع من أنواع التقصير. هو ليس فقط مسؤول عن نفسه. هو مسؤول عن نفسه. عن أسرته. عن محيطه. عن المعلمين أيضا في المدرسة. عن المعلمين أيضا في المدرسة. عندما الأخ الأكبر يذهب إلى مخيم التخيم الشتوي عند الشباب. ويخالط أيضا العشرات بدون مسافة آمنة. بدون وضع الكمامة. نقلنا هي مسؤولية. هي مسؤولية كاملة. على الجميع. وليس فقط على وزارة التعليم أو على المدرسة. أضيف أضيف بسأل بعض أولياء الأمور. الله يجزاهم خير. بشكل دوري أو بشكل يعني متكرر. يذكر أبناءه وبناته. بأنه يجب عليهم عدم مخالطة الأغراض الشخصية داخل المدرسة. يذكرها بضرورة عزل نفسه في الفقاعة أو البابل. اللي محددينها المدرسة. لكن كم ولي أمر نصح أبنه باستمرار. هذا أيضا شيء. الشيء الثاني اللي يدعونا للدهشة. وللاستغراب. يعني الفرقة التفتيشية التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي. وأيضا التابعة لوزارة الصحة. رصدت وجود بعض من الأبناء الطلبة والطالبات. يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة. أعراض رشح. أعراض زكام. مرسلين للمدرسة. طيب كلنا نعرف أن أثناء المرض الجسم يكون ضعيف. ويكون عرضة لتلقي الكثير من الأمراض المعدية. كيف اتخذ الأب أو الأم القرار بإرسال ابنهم أو ابنتهم إلى المدرسة. وهم يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة. أتمنى هذه الرسالة أكيد تصل لأمور. أعراض رشح. بالتأكيد. يعني يجب عدم إرسال أي من أبنائنا أو بناتنا الطالبات إلى المدرسة. في حال شكيته وأنه في انفلونزة. في أعراض رشح أو في ارتفاع في درجة حرارة الجسم. سيد محمد. دعنا نتكلم الآن عن وضع اختبارات منتصف الفصل. هل ستتم بشكل طبيعي أو هناك احتمال أن تكون بداء للاختبارات؟ بالتأكيد قبلها بفترة بسيطة. هناك اجتماعات وغرفة عمليات مشتركة بيننا وبين وزارة الصحة. بالتأكيد آخر الإحصائيات سوف يتم مناقشتها في هذه الاجتماعات. إذا كانت مطمئنة سوف تتم الاختبارات كما حصلت بالفصل الدراسي الأول بطريقة طبيعية جدا. ولكن لا قدر الله إذا تجاوزت الأعداد أو دخلنا في مرحلة الخطر. بالتأكيد بالتعاون مع وزارة الصحة وبتوجيهات منهم سوف يتم وضع بدائل من خلال إدارة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي. ممتاز. سيد محمد ذكرت أن هناك لجان رصدت أولياء الأمور أو أطفال عليهم حرارة وكذا. وذهبوا للمدرسة. طيب أين هذه اللجان؟ وانت ذكرت في لقاء سابق أنه سيكون هناك تفتيش مستمر على هذه المدارس ومتابعة. كيف الآن نجد أن هناك مدارس تهاون؟ الدليل أن هناك أيضا قصور في المتابعة. صحيح. لهذا السبب تم إحالة الكثير من إدارات المدارس إلى التحقيق الداخلي في وزارة التعليم والتعليم العالي. بسبب التراخي بسبب التهاون في إجراء الإحترازات في تطبيق الإجراءات الاحترازية. البعض منهم سوف تتدرج العقوبات. يعني من الخصومات وحتى إحالتهم إلى نيابة الصحة. أبنائنا وابناتنا الطالبات صحتهم هي خط أحمر. لا يجب التهاون في الإجراءات الاحترازية المعمول بها. البروتوكول صعب. البروتوكول اللي متبعته وزارة التعليم والتعليم العالي ليس بسيط. هو متعب لنا. متعب للكادر الأكاديمي. متعب للكادر الإداري. ولكن تطبيقه أثبت نجاح التطبيق هذا أو الإجراءات الاحترازية في المرحلة الأولى. يعني لماذا الآن ربما أصبحت هناك زيادة بسيطة جدا. بس هل نتكلم من المرحلة الأولى. نجحنا فعلا. الدولة بالكامل نجحت في مواجهة هذه الجائحة. وكان هناك نزول في الأعداد بشكل كبير. وكان هناك أيضا التزام بشكل كل للإجراءات الاحترازية. الآن نلاحظ ارتفاع في نسب الإصابات. هل هنا سوف يكون هناك أيضا موقف لوزارة التعليم والتعليم العالي لمواجهة هذا الارتفاع؟ بالتأكيد. سبق وقلت لكم بيئة المدرسة هي بيئة آمنة. الخوف هي من البيئة الخارجية. مما يتلقاه الطفل خارج أسوار المدرسة وليس داخل المدرسة. على سبيل المثال، يعني، يعني، لا بالتأكيد هناك أنا سبق وذكرت أن هناك عقوبات صارمة. سوف تطال الفئة البسيطة التي تراخت أو تهاونت في تطقيق الإجراءات الاحترازية. ولكن دعونا نتذكر أن البسات أو الحافلات التي تنقل الطلاب بالتعاون مع مواصلات تعقم يوميا. ممتاز. السواقين أو السائقي الحافلات يتم فحصهم بشكل يومي وباستمرار. هناك قياس لدرجة الحرارة عند دخول المدرسة. هناك يعني مسافة آمنة متر ونصف المتر. 15 طالب كحد أقصى في الصفوف الدراسية. هناك فقاعات أو بابلز لا تتم مخالطة الطلاب بفصول معينة مع فصول معينة. يعني هناك منطقة جغرافية غير مسموح للطلبة التجمع فيها. وجبة الإفطار أو وجبة الغداء تتم داخل الفصل الدراسي ليس سابقا. تم إغلاق جميع الفصول أو الأماكن الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية. مثل ما قلت لكم وجود المعاقمات في كل مكان. حتى أن هناك مسافة آمنة بينهم وبين المدرس. يعني المدرس له مسافة معينة يحق له الشرح فيها وليس كامل الفصل. كما كان سابقا. صحيح ليس في الوضع الطبيعي. فالحمد الله رب العالمين كل الإجراءات الاحترازية هذه نجحت فيها وزارة التعليم والتعليم العالي. وأيضا وزارة الصحة في تطبيقها منذ بداية الجائحة وحتى الآن. الأرقام لا تدعي إلى القلق. سبق و قلت لكم أنها أقل من واحد بالمئة. أي و أنا بوقف هنا طيب. ما هو الرقم الذي إذا وصلنا له تكون إدراسة عن بعد؟ يعني تقول دائما أقل من واحد بالمئة. أقل. هناك رقم معين؟ البروتوكول اللي متبع أنه الخمسة بالمئة هي مرحلة الخطر التي يجب عندها إغلاق المدرسة. إن شاء الله ما نوصل لها. بإذن الله ما نوصل. وبعيدين ما شاء الله. إذا نحن أقل من واحد إن شاء الله. إن شاء الله نحن بعيدين. ولكن ربما كثرة المسيجات هي سببت إرباك لبعض أولياء الأمور أو خوف. أرد وأقول الخوف خارج أدواء أسوار المدرسة هو أوجب من أنك تخاف على أبنك داخل أسوار المدرسة. بس نحن نتكلم عن الطرفين أستاذ محمد. لا بد من الحذر سواء كان من البيت أولياء الأمور أو أيضا من الكادر التعليمي. وفي نهاية المطاف نحن نحاول أن نكون يدا وصفا واحدا لمواجهة هذه الجائحة. أظن في أحد أكيد بيكون حرص على الطلاب أو الكادر الأكاديمي أكثر من وزارة التعليم ولكن قلنا هي مسؤولية شاملة. طيب سيد محمد دعنا نتكلم عن أن هناك نية أو خطة لتطعيم الكادر الأكاديمي العامل في المدارس. نعم تم التنسيق بيننا وبين وزارة الصحة العامة على أعطاء الأولوية القصوى للكادر الأكاديمي والكادر الإداري. يعني المدرسين والإداريين في المدارس. السبب في هذا أنهم هم يعتبرون من الجنود الصفوف الأولى مثلكم أنتم الإعلاميين. الله يسر. منذ بداية الجائحة المدرسين والإداريين مثلهم مثل الإعلاميين مثلهم مثل رجال الأمن. مثلهم مثل المسعفين الأطباء طاقم التمريض. لم تتوقف الحياة في التعليم واستمر بسبب جهود هؤلاء المدرسين والمدرسات والكادر الإداري. فالأولوية القصوى الآن هي بالنسبة لهم ندعوهم من خلال منبركم إلى الذهاب والتنسيق مع وزارة الصحة لأخذ التطعيمات التي هي سوف تكون بمثابة الحصن الحصين لهم لأسرهم وللمجتمع ككل بالإضافة إلى المدارس. جميل طيب سيد محمد هذه يعني إجابة على سؤال زميلي عبدالله. لكن الآن المنصة لك اعتبر نفسك يعني الآن توجه رسالة مفتوحة مسموعة ومشاهدة. يعني فيه دقيقة واحدة إذا حب توصل رسالة معين الأولى الأمور لكادر التعليمي. وبنخص مع الإشاعات أيضا هلالي يطالعه. يعني بالنسبة للإشاعات دائما نذكر بأن يجب أخذ المعلومة من مصدرها. مصدرها هو الموقع الرسمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. المنصات الاجتماعية الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي. تلفزيون قطر إذاعة قطر القنوات الرسمية الحكومية. هي المنصات الرسمية التي يجب أن أخذ المعلومات منها. يعني هذا أولا ثانيا بالنسبة لي يعني أذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤولا عن رعيته. أنت لما تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية. أنت مسؤول عن نفسك. أنت مسؤول عن أسرتك. أنت مسؤول عن مجتمعك. عن بلدك. يعني ممكن أي واحد فينا إذا تراخف أو تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية. يعني الضرر المشكلة لنا ليس فقط عليه هو على محيطه بالكامل. أحب أن أذكر بأنه يجب تذكير أبنائنا بشكل مستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية. نعم هذا واجب ومسؤولية أيضا على أولياء الأمور. السيد محمد أحمد البشري نشكرك أولا على سعة صدرك وسعدها بوجودك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية. وأيضا وضحت لنا العديد من النقاط. شكرا على هذا الحضور الكريم. الله يعطيك من العاطم. الله يعطيك. لازم نذكرنا الحرص على متابعة برنامج المسافة الاجتماعية أيضا لأخذ المعلومة. إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نتقي بإذن الله الأسبوع القادم. نعم إلى اللقاء مشاهدين مستمعين الكرام عبد الرحمن. ونلتقيكم مشاهدي الكرام ما لم يكن هناك مؤتمرات صحفية وأخبار عاجلة حتى الثلاثنين القادم. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة